Oh okay Hello Leute und Willkommen zu einer Runde Bad Wars von Run vs Run auf diesem Kanal mal wieder Ja ich weiß nicht, vielleicht wird das ganze Video aus Run vs Run bestehen, aber es kann auch sein dass ich einfach in diese Runde zu schnell vorbei gebe ich in eine andere Runde und da ist schon keine Cuts. Damit ich durchlärbern kann Auf jeden fall, warum kommt auf diesem Kanal nach 8 Monaten mal wieder ein Video und warum heißt der Kanal wieder Punkt und warum heißt es noch in Game Yuki das habe ich vergessen umzuleinern Ups, aber egal, warum heißt der Kanal wieder Punkt, warum wieder ein Video? Ganz einfach gesagt Leute, das liegt daran, dass ich ein Video gesehen habe und dieses Video hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie schade es eigentlich ist, dass man auf den Servern Leute nicht mehr wiedererkennt, weil jeder monatliche Namen ändern kann, weil alle einfach sich meistens sogar neue Accounts besorgen und dass viele einfach nur ihre Identität täglich wechseln auf den Servern. Und deswegen habe ich mir gedacht, kehr ich einfach wieder zu diesem Kanal zurück, nehme wieder meinen alten Namen an, der mir eigentlich auch bis jetzt immer noch ganz gut gefällt und bringe hier wieder Videos, weil das könnte echt dann wieder eine geile Zeit werden, wenn vielleicht auch ein paar von den alten Leuten, die hier auf dem Kanal früher immer sehr, sehr aktiv waren, wieder da sind und man sozusagen ein bisschen diese alte Zeit wieder, wenn man ja nicht herstellen kann, aber so, ja, wieder auf so einen etwas früheren Zustand zurückkennen kann, okay, das war jetzt inkompetent, das ist, wie ich immer, inkompetent. Ähm, ja, das wäre halt schon ganz nice, okay, ich habe in letzter Zeit irgendwie Lags, weiß ich nicht warum, sorry Leute, für die Lags auf jeden Fall. Ähm, ja, wäre halt richtig nice, sowas zu schaffen, weil ich habe halt auch nicht Bock, jedes Mal, keine Ahnung, jedes Mal den Namen zu ändern und sowas ist komplett scheiße, deswegen habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich kehre zu diesem Namen zurück und werde ihn nie wieder ändern, weil das ist der Name, zu dem ich ursprünglich zurückgekommen bin und ich sehe es auch bei vielen anderen Leuten, sie ändern ihren Namen voll oft und... Oh, nice, Hacker, ja, nice. Oh, ja, toll, warum hackt ihr denn jetzt? Okay, das fällt schon ein bisschen ab. Oh, läuft, läuft, okay. Ich habe schon verloren. Ne, ich habe gewonnen. Weiß Team Rot, keine Ahnung, vielleicht habe ich kommen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, ich hätte halt richtig Bock, ich habe ein bisschen Regal jetzt gehabt, yay. Ähm, richtig Bock da wieder zurückzukommen und dann vielleicht auch mal wieder Videos mit Jules, mit... Ja, wer war damals noch alles dabei? Vielleicht war Nico damals schon dabei, vielleicht war René damals schon dabei, keine Ahnung. Mit denen werden dann aber auf jeden Fall auch noch bestimmt Videos irgendwann kommen. Vielleicht auch mit den alten Leuten aus dem Krypto-Clan, weil der existiert noch, nur... Von denen kommt noch jemand im Minecraft, aber ein paar zu uns noch. Vielleicht kommt auch mit denen mal wieder was. Ähm, Vielleicht auch mit den Leuten, die jetzt nicht mehr im Krypto-Clan sind, die früher aber bei Gaming4Real oft dabei sind, äh, waren, zum Beispiel, keine Ahnung, ob ihr sie noch alle kennt, äh, Galileon oder Felix, aka Commander Play, Commander Play, ähm, Ja, und so ist die Leute halt alles und Bockwurst halt auch. Großes Neid. Rrrr, Rudi. Ähm, ja, auf jeden Fall hält ich Bock, sowas mal wieder zu machen. Und, dann fängt das Ganze ab dem nächsten Video an. Ich geb' ihm dann auch wieder ein bisschen mehr Mühe mit dem Schneiden und dann kommen auch wieder, ja, halt so Videos, wie ich es damals gebracht hab, mit ein bisschen geschnittenen und regelmäßigen Videos. So, keine Ahnung, ein Video in der Woche, so ungefähr, keine Ahnung. Falls ihr euch erinnern könnt, damals war es auch schon relativ chaotisch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video, Leute. Haut da rein. Rrr, Rrr, Ciao. Ciao.